Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Leute, die mit UN anfangen, bedeuten meistens was Schlechtes. Unfair, unangenehm oder Unterricht. Ja! Oder Unterricht! Immer dieser eine Schüler, der es rausblickt. Man kennt es. Ja, aber Unterricht ist wirklich... Ja, das stimmt. Ja, heute ist ein der Knaller. Ja, der kam von mir, den hab ich mir ausgedacht. Oh, nett! Oh mein Gott, der arme Stift! Wenn sie den reinmachen, dann hat die ganze Klasse für die ganze Woche keine Hausaufgaben. Yo, Alter! Oh mein Gott! Jetzt, wenn alle Augen dann auf dich richtet sind. Nein, 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 nein! Schade, du kleiner Auge. Du kannst die kleine Tome fragen, wenn ihr Fragen habt. Raus damit! Ähm, Herr Yara! Hier vorne, bitte! Wo ist eigentlich beim Baum hinten? Heute befassen wir... Das ist aber wirklich ne gute Frage! ...mit dem Thema Geschlechtsorgane. Als erstes befassen wir uns mit dem Glied des Mannes. Gitti! Gitti! Muli Muli! Oh mein Gott! Gatti! Felix! Gitti bitte kurz raub! Wenn ich mal bei uns denke, in unserer Klasse, da hab ich mir mal gedacht. Was läuft nur falsch in dieser Klasse? Denn, wo wir zum ersten Mal sowas in Unterricht hatten, dann ging es bei vielen immer so, iiih, äh, hören Sie auf darüber zu reden. Ich denke so, äh, was ist denn hier los? Alle anderen lachen über solche Zweideutigkeiten und sowas, ja. Und wenn es dann in Unterricht darum geht, hieß es, iiih, äh. Aus, wir wollen uns auf der Klasse auskliedern. Pass zum Schild ab, jetzt geht es ans Dänen, berührt eure Zehen. Wenn es der Lehrer nicht mehr schafft. Oh mein Gott. Als nächstes macht ihr mit einmal das linke Bein so hoch, wie ihr könnt. Und. Also wir mussten zum Aufjärm immer in der Turnhalle ringsherum rennen, zehn Runden. Und dann ging es los mit, äh, meistens Abdriffball, Brennball, Völkerball. Jeder sagt es anders. Oder überall wird es anders benannt. Über drei Ballt. Ja, nee, sorry, das wird nichts. Ich glaube, ich habe meinen Turnbottel vergessen. Bitte langsam zum Ende kommen. Das fällt ihm natürlich dann erst ein, wenn er schon am Unterricht teilgenommen hat. Verzeihung, würden Sie aufhören zu pfeifen oder? Sorry, sorry. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Ich bin doch schon lange eine halbe Stunde fertig. Nicht wieder die Rückseite vergessen, Leute. Deswegen habe ich das Blatt immer umgedreht, um zu checken, ob auf der Rückseite noch was ist oder nicht. Herr Holm, würden Sie mir vielleicht sagen, warum Sie in meinem Unterricht schlafen? Weil Ihre Stimme so entspannt ist. Warum schläft die ganze westliche Klasse dann nicht? Könnte vielleicht daran liegen, weil alle anonym nicht zuhören. Ihr könnt aber recht haben. So, Herr Holm, jetzt eine Frage nur für Sie. Okay. Auf der Straße liegt ein 500-Euro-Schein und ein Gehirn. Mhm. Was nehmen Sie? Natürlich den Schein. Das habe ich mir ja fast gedacht. Ich nehme natürlich das Gehirn. Jeder nimmt das, was ihm fehlt, ne? Ohohohohohohohohohohohohoho. Ja gut, okay, er hat ja recht. Wir sind jetzt nicht da. Oh, der war mies. Aller aussteigen. Wir steigen aus. Niklas, schrei doch noch ein bisschen lauter. Wir steigen aus. Guten Morgen. Heute sucht sich bitte jeder einen Partner und spricht mit diesem Englisch. Hallo. Hallo. Where are you from? I'm from Germany. Dann können wir auf Deutsch reden. Du auch, ja. Recht hat er. Das war damals bei MB3 auch immer so. Alle schreiben in den Chat Englisch. Englisch, Englisch, Englisch. Bestimmt nach so 10 Minuten Spielzeit schreiben immer noch alle Englisch in den Chat. Bis ich dann, da hat einer geschrieben zu mir Akimbo-Noob, obwohl ich eigentlich eine Waffe mit zwei Aufsätzen hatte. Hat er zu mir geschrieben, ich bin ein Akimbo-Noob. Und da schreibt der Kumpel mir in den Chat rein, weil wir hatten da auch noch keine Headsets und so. Er schreibt da rein, hä, du hast doch gar keinen Akimbo, oder? Und ich so, ne, ich hab meine MB7 eigentlich mit zwei Aufsätzen. Und dann so, hä, ihr seid deutsch? Und alle dann so, hä, Deutsche sind hier drin? Hier ist ein Deutsch drin. Die ganze Lobby war halt deutsch und trotzdem schreiben alle Englisch. Aber das mit den Akimbo, nun wollen wir noch der Härte. Da hab ich geschrieben, ich hab doch gar keine Akimbo. Und er so, doch, du hast zwei Aufsätze, das ist Akimbo. Ja, denn, alles klar. Herr Holm, können Sie mir die Frage beantworten? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ist Unterricht nicht eigentlich zum Schlafen da? In meinem Unterricht, wir haben nicht geschlafen. Ich würde ein schockendes Lebens kriegen. Feier. Herr Holm, nicht die Klingel beendet den Unterricht, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass die Klingel den Unterricht beendet. Das können wir ja sicher mal in einem netten Gespräch zusammen mit ihrer Mutter klären. Klingel? Ich hab gar keine Klingel gehört. Bei welcher Aufgabe waren wir nochmal? Und? Was kommt bei Aufgabe 1? Was? Was hast du bei Aufgabe 1 raus? Ich verstehe nicht, was du sagst. Red einfach ein bisschen lang da. Herr Goldblatt, sind Sie komplett tausend? Er hat nach der Lösung von Aufgabe 1 gefragt. Was hab ich jetzt noch? Wenn sogar der Lehrer das vorne gehört. Ich würde meine Ohren prüfen lassen. Yo Leute, ich bin wieder da. Oh, Digga, ich muss dich was erzählen. Gestern in Bio haben wir den lebendigen Tyrannosaurus ausgenommen. Nee. Wo haben die den her? Die leben doch gar nicht mehr. Und Justin Bieber, wir hier und der Stay Light Performed. Ich war einen Tag nicht da. Junge, Lana Rhodes war hier. Ich kann immer noch nicht richtig laufen. Das verstehe ich aber nicht. Haben Sie das verstanden, Herr Holm? Natürlich hab ich das verstanden. Vor allem auch ich mal so. Ich war einen Tag nicht da, weil ich einen Bus verpasst hab. Und ich bin dann prinzipiell nicht mit dem Stadtbus gefahren. Ich hab dann als Ausrede immer benutzt, ich weiß nicht, wo lang es dann geht. Weil der Stadtbus ist halt woanders angehalten als unser Schulbus. Weil wir mussten dann noch so zwei Kilometer zur Schule laufen. Okay. Deswegen immer die Ausrede benutzt. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich bin noch nie mit dem Stadtbus gefahren. Eltern können mich nicht fahren, waren arbeiten. Das war sogar die Wahrheit. Und am nächsten Tag erzählen die so, ey, du hast was verpasst. Wir hatten nur eine Stunde Unterricht. Die Rest hatten wir nur Freistunde. Die eine Lehrerin kam nicht. Die anderen beiden waren krank. Also hatten wir bloß eine Stunde. Und den Rest hatten wir Freistunde. Wir haben drüben in den Raum von Hurt verbracht. Haben dort ein bisschen gespielt. Durften auf den Schulhof raus und so. Wir waren oben im Park. Und ich so, da hab ich doch nichts verpasst. Ich war zu Hause und hab gezockt, während ihr hier in der Schule saßt, obwohl ihr keinen Unterricht hattet. Die haben mich alle nur blöd angeguckt. Dann ist ja gut. Kannst du mir das erklären? Ich hab's nicht gecheckt, Alter. Wie soll ich's dir erklären? Ich hab Sex nicht aufgepasst. Bei der Klausur heute hab ich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Und du? Ich hab in meinem Leben noch nie so ein gutes Gefühl bei einer Klausur gehabt. Ne Sex? Wie? Oh, da hab ich tatsächlich doch noch eine 1 plus mit Sternchen geschafft. Was war das? Aber das war trotzdem. Wow, cooles Video, muss ich sagen. Und ja, vieles kennt man. Okay, ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Outro